Und es geht wieder in eine neue Runde, wow, Starkeler Base, auch selten, ja, Starkeler Base, ich habe ja diesmal den Offizier genommen, das wird schon was werden, nie mit dem Offizier, das gibt uns jetzt die Chance unsere Leute zu befreien, jeden den sie in diesem Ungetüm festhalten, wir rücken zum Zellenblock vor und vernichten unterwegs, ich gehe mal zum rechten, ja, ich folgte einfach mal, ich weiß gar nicht, wo man damit angreifen kann, ja. Na, das ist nicht so einfach hier mit dem Team rumlaufen, ne, aber naja, ja, die Map ist nur so groß, und so viele bunte Farben, aber ich habe geschützt auf jeden Fall, ich habe sowas, wo ich euch mit motivieren kann, oder? Ja, bitte, ich mache mal eine Granate raus, so, Jungs, ihr braucht Unterstützung, ah, geil, sogar was getroffen, sehr gut, weiter nach vorne, oh, oh, jetzt hier ist, ooh, HIS So, ich nehmeine mal wieder mit War mal es ist, ich bin doch, wow, diese Geschütze hier sehen aber auch mächtig aus, welcher hat das Ding auch angemacht? Jetzt ist nur noch ihr verteidigen, das macht, ja Republic Da kommen die Gegner, kill es ist. Mein Geschütz macht sich ja richtig gut. Lendengranate. Jetzt der einfach vor mir auf einmal. Ah, es fällt dem ein. Ach, ich flieg mal. Au, au, weg, weg, weg. Aber kann jetzt auch nach vorne rollen, das ist neu. Ja, nach hinten geht er auch. In alle Richtungen. Das ist durchaus eine Verbesserung. Außer nach oben. Wie man kann nicht nach oben rollen. Ja, das ist komisch. Im echten Leben geht das. Ein bisschen schade finde ich schon. Die haben mein Geschütz kaputt gemacht. Waren ja auch drei Mann wieder da, wo wir waren. So, Jungs, wir brauchen Unterstützung. Nicht aufgeben, Jungs, alles geben. Was, Blitze? Von der Blitze her. Boah, die sehen ja fast aus wie wir, die vom Imperium. Nee, wir sind. Nee. Erste Ordnung. Erste Ordnung. Die sieht ja fast genauso aus wie die. Genauso grau angezogen. Ist ja richtig schwer auseinander zu halten. Gut aus, Team. Nein, sie kommen. Fliegen ja, Narren. Sollen sie kommen. Ja. So nice. Ah. Der Kiste, ah ja. Nein, doch mal gestorben. Nee, nix. Die sind Blendgranate immer, ey. Wow. Die blendet einem ganz schön hart. Manchmal. Zwei Spielerserie. Oder Stützung von oben zu geben. Wenn ich es könnte, würde ich es auch machen. Ich kann überhaupt nicht fliegen. Das ist noch schlimmer als im ersten Tag. Ich finde das hier so schön als im ersten Tag. Im ersten Tag konnte ich das auch ja gar nicht gut. Aber hier macht das super viel Spaß. Okay. Du wirst ja auch gar nicht angegriffen, wie ich gerade sehe, oder? Nee, mit 1 in der Luft, glaube ich. Boah. Ja. Also den Offizier finde ich ganz cool mit seinem Geschütz. Aber seine Waffe ist nicht so geil. Ich bin nicht überfahren. Ich hätte mir sogar gerade ein Fahrzeug holen können. Ich habe darauf verzichtet. Nein. Doch. Oh. Wie kann ich nur? Ich weiß. Der spart auf dem Helm mir. Ja. Da kann ich nur lange sparen. Das sind dann 6000 Punkte, ist doch nichts mehr. Habe ich so viel in den letzten 4 Spielen gemeinsam gehabt? Ja, bestimmt. Ich frage für einen Freund. Okay, egal. Okay, hier ist irgendwie... Da kommt einer. Alter, ich treffe nichts. Ich treffe echt nichts aktuell. Gott. Deswegen packt ihr die Granate ein, die trifft wenigstens was. Bei mir zumindest. Ich glaube die Kills, die ich gemacht habe, sind glaube ich 3 Granatenkills gewesen. Wir sind schon wieder... Dieser eine Offizier hier, der campt hier oben die ganze Zeit auf dem Ding auf. Ich muss gerade gucken, was ich... Wo denn genau? Denk ich tot. Da, wo wir es gerade einnehmen. Da ist sehr viel los gerade. Ich habe keine Granate für meinen Offizier. Hat sehr viel los. Ja ne, der hat ja auch so Streugranaten oder sowas, wie das heißt. Ja, so eine Blendgranate irgendwie, die sich so ausspaltet. Ja, genau. Ah, die anderen Waffen muss man... Ah, okay. Für meine Stelle 50 Offizierkills abschließen, dann kriege ich auch neue Waffen. Okay, verstehe. Ja. Das heißt, es gibt auch... Klassenspezifische Waffen immer. Ja, genau. Ah, okay. Ja, so langsam verstehe ich das Spiel. Wow, 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 wow. Einen Punkt haben wir schon. Ja, das war der, wo ich vorhin die ganze Zeit war. Nicht, dass ich da irgendwas effektiv gemacht habe, aber ich war da. Ja, du hast es doch ganz alleine gemacht. Ach so, ja. Glassman Standing hier. Okay. Ich habe Anwesenheit bewiesen oder so. Oh, ich sehe die ganze Zeit. Der eine versucht da mit dem Ding da oben rüber zu fahren, das sah auch geil aus. Yay, Fahrzeug ist es. Gott sei Dank. Voll, Granate ist es. Oh, weg, 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 weg. Oh, Jungs. Hör, abgeschaltet? Ach, hier war noch einer an der Ecke. Guck mal. Heißen. Hier sind überall welche. Oh, hier war eine Granate. Nein, nur die Sterbe. Hahaha, mein Geschütz hat mich gerecht. Ich mag mein Geschütz. Nein, mein Geschütz ist tot. Ich auch, aber mein Geschütz ist tot. Jetzt probiere ich mal den Raketentruppler, obwohl das eh nichts bringt, aber gut. Oh, ich kann mal was Neues nehmen. Raketenspringer. Ja, habe ich auch. Ah, ne, ich glaube, ich spare jetzt erstmal. Quote. Mir fehlen nur noch 200 Punkte, ich spare, glaube ich, auf den Wookie mal. Auf den Helden. Auf den Wookie-Helden. Auf den Wookie-Helden, ja, ey. Der gute alte Wookie-Held. Der gute alte Wookie-Held. Ja, 200 Punkte kriege ich schon noch irgendwie. Schaut's aus. Oh, ich bin sogar von Darkside. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Alles Lüge. Beschiss! Alter, aber von wo? Ich war noch nicht mal in der Nähe. Er kommt ja schon mit seiner blöden Sniper an. Immerhin 100 Punkte habe ich schon gesammelt, jetzt fehlt nicht mehr viel. Oh, zack. Händen wir weg ab. Schalten wir weg ab. Schalten wir weg ab. Ja, aber da ist einer dran. Scheiße, komm schon, nicht abschalten. Okay, hab ich. Oh, bin. Komm schon, komm schon, Leute. Ach, Tommy, fliegt da oben. Ja, die ganze Zeit schon. Ah, ich bin tot. Fuck, fuck man. Geben wir die ganze Zeit. Und es ist von oben hier. Ah, Hilfe. Jawohl, ja. Haben wir ja, haben wir gut. Hab ich mal abgeknallt, das ausschalten, Leute. Jetzt geht's ja rein in die Base und ich hab's glaube ich noch nie bis zur zweiten Phase geschafft. Echt nicht? Nee, nee, nee. Bis zur Second Base. Das ist wahr, ohne Scheiße. Noch nie bis zur Second Base geschafft. Das ist fantastisch. Was Neues für mich hier. Oh, jetzt bin ich irgendwo reingeflogen. Das soll das nicht mehr sein. Ich hab's gehört, glaube ich. Na, das war nicht so gut. Aber naja. Ja, das wollen wir heute gar nicht probieren. Die sind zu weit weg. Ey, der hat mir mein Geschütz kaputt gemacht. Was soll denn das? Hey. Wer für Granate? Wie machen die denn sowas? Wo ist denn der Eingang hier? Guck mal, da oben sind's hier alle. Ach du Scheiße. Haha, dann sollten wir auch mal nach da oben gehen, würde ich sagen. Das machen wir eine Granate hoch und... Oh ne, da ist ein Geschütz. Oh ne. Da sind wir doch getroffen, jawohl. Die geht's gar nicht rein. Ah, ah, ah. Jetzt müsst ihr aber mittlerweile 3000 Punkte haben. Ja eben, jetzt ist der Darkseid der vor mir. Verdammt. Ja, ich sag ja, nur Granatenkills mach ich gerade. Ich hab noch nichts getroffen mit nem Blaster. Ich sag dir das. Ja, jetzt machen wir Wookiekills. Jetzt wird alles besser. Boogie schreit schon ganz wütend. Ah, ich seh schon. Du bist mein Squad. Oh, stimmt. Guten alten Wookiekills. Ja. Wookiekrieger, Level 0. Ist dann der Thermal Imploader, heilen und was ist in der Mitte? Abkühlung wahrscheinlich. Äh, dass du mit 5 Dingern schießt anstatt mit 3. Ah, ok. Das wusste ich selber auch noch nicht. Ich dachte, das wäre eine Taschenlampe oder so. Wir sind auf den Chewbacca setzt ein. Taschenlampe. Ja für dunkle Gänge, man weiß ja nicht. Ja, ja klar. Und wir haben ein Thumbnail gefunden. Ja, ja. Funk kämpft. Los Leute, wir schaffen das. Ah, die ist aber schon gut, die Taschenlampe. So, mal ein bisschen heilen. Oh, das heilen ist gut. Mal eine ganz blöde Frage. Dieses Fahrzeuggeschütz macht also auch Schaden an den Soldaten? Jaja. Okay. Nicht so viel, oder? Schieß irgendwie Fahrzeug ab, wenn es kann. Wenn es keine sieht, dann schießt es Leute ab. Normale Leute. Okay. Man macht nicht so viel Schaden. Das normale Offiziersgeschütze ist schon stärker. Jetzt kriegen die auch noch so einen Kylo hier. Oh ne. Ja, wer ist denn das? Gar nicht. Keine Ahnung. Warum geht die Granate nicht hoch? Ach so, jetzt geht sie hoch. Oh ja. Was? Nein. Mich hat man rausgesogen irgendwo. Was? Der Keiner hat sich herangezogen. Der hat ja so eine... Das kann er sogar durch den Schild durchmachen. Ja, das kann er. Scheint. Wie macht der sowas? Na wie? Hat die Joda nicht damals gesagt, die Macht durchfließt alles außer Schilde? Hier reinkommen, wenn man keinen Helden hat man. Wir haben noch 37 Truppen. Wir sind immerhin beim Umkämpfen da vorne. Ja, die sind da ziemlich schwer da vorne. Vor allem wenn sie jetzt noch Kylo haben, dann wird es halt echt schwer. Weil Kylo... Kylo kann was. Ja. Eigentlich fällt die ganze Zeit... Jetzt kommt der rausgewascht. Jetzt hat die Schnauze voll. Nein! Direkt vor mir ist er. Ach Mann, oh! Treu Geschütz! Treu Geschütz! Jawoll! Ach gut. War sogar Kill Assist für mich noch. Ja, für mich auch nur. Egal. Keine Lust. Ich bin ja auch vollkommen. Kill Assist. Ich würde auch gerne mal fliegen da, weil die sind immer voll alle, die Flugdinger. Ist schade. Macht hier auch super Spaß zu fliegen. Ja. 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 Dem ist nichts dazu hinzufügen. Das Gute ist immer, Thomas kann man hinterher Geschütze einsetzen. Da waren drei Leute. Ich habe keine Granate gehabt. Ich habe eine Blendgranate, die bringt auch nicht so viel. Ja, doch könnte. Die Blendgranate ist echt stärker als im ersten Teil. Du bist ja echt geblendet. Okay. Stimmt doch. Ein paar Mal hat es mich auch schon erwischt, glaube ich. Alter, was ist das schon wieder? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich will jetzt den Sprung drücken, mal gucken ob ich eine Rakete reinfeuern kann. Was ist zur Hölle? Geh in Deckung, Mensch. Du sollst nicht rollen, du sollst in Deckung gehen. Alter, der kann sich nicht in die Decken gehen. Ach doch, muss gedrückt halten länger. Gedrückt halten, genau. Ja. Das ist alles so anders als im letzten Teil. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Alter, was? Wo kam das jetzt her? Ich sehe überhaupt nichts gerade. Ach, ein TIE Fighter hat mich getötet. Natürlich. Ja, mittlerweile sind es sogar ziemlich viele Leute hier. Wir haben bestimmt wieder einen neuen Kylo. Wahrscheinlich, ja. Haben ja schon einige. Krass. Krass. Haben wir hier überhaupt Helden? Wir haben einen Solo. Also ich bin ein Solo und ich glaube eine Layer ist ja auch. Der Layer war ja auch gerade, ja. Da bräuchte irgend so einen Held mit Lichtschwert, der da vorne mal reingeht und ein bisschen aufrollt. Ich glaube, der wäre auch ganz schön schnell tot. Weißt du? Ich weiß nicht, wäre Yoda nicht eine Option mit seinem Block und dann halt diesen Machtschub denn? Ja, Yoda vielleicht. Könnte auch ein bisschen schade sein, aber wir haben es gerade. Ich wollte euch ja den Yoda lassen. Ja, ja, klar. Und wieder tot. Aber man kriegt auch keine Punkte dafür, die man irgendwie verstärkt, wenn die irgendwas machen, oder? Flugzeug! Flugzeug, da freut er sich. Besser als ein Held, ja? Scheiße. Oh, 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 oh. Mein Gott, jetzt hätte ich aber nur wieder geschossen hier. Wer braucht Helden, der Flugzeuge hat? Ja, das ist doch mal der Aussicht hier. Oh, jetzt sind sogar die viele in der Luft. Mehr als in den alten Teilen. Da haben wir ja gleich den ersten Kill hier gemacht. Oh, da haben wir eine Raid. Jetzt haben wir eine Raid vorne. Nein, nein, nein. Das war ein kurzer Ausflug mit dem Flugzeug. Es gibt aber auch einen TIE Fighter in der Luft bei dir, habe ich gerade gesehen. Ja, ja. Ja, ich habe alles an den einen verfeuert gehabt und dann habe ich überhitzt gehabt und dann kam der nächste und dann war ich vorbei. Aber ich bin gleich wieder in der Luft. Ich bleibe hier oben. Mir gefällt es dir. Hier kommt man ja gar nicht durch. Boah, ich bin glaube ich der einzige hier am Punkt. Ja. Ja. Hinter mir. Was? Nicht hinter mir, bitte nicht. Verlängerung. Ich bin noch ein Punkt drin. Oh, komm schon, Stirk. Kriegen wir einfach nicht eingenommen hier. Nein. Ja, aber wir sind zu wenig im Punkt deswegen. Hä? Jetzt habe ich nicht mal gesehen, was mich besiegt hat. Boah. Mein teammate blockiert, ey. Da ist der Bova. Oh, ich glaube, unsere Ray geht gleich drauf. Ah, wir haben schon Raketen. Nein, meine Raketen geht hier wieder irgendwo ins Irgendwo. Oh, die sind dran hart und duck dich. Wir schaffen das, wenn wir mal genug sind. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Verlängerung kommt, Leute. Ja, ich gehe über alles. Na, es klingt wieder. Oh mein Gott. Also die Lufthoheit haben wir zumindest. Na, immerhin. So halbwegs. Jetzt kommen gerade wieder zwei neue Timefighter. Wow, 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 wow. Komm, lass jetzt mal. Boah, wir nehmen es auf jeden Fall einen, ne? Ja, wir nehmen es hier einen, aber das ist echt knapp hier alles. Yay. Es läuft da unten gut bei euch. Ich schieße mal ein bisschen dazu. Na, ich weiß ja nicht. Ist echt am Limit hier gerade. Du schießt ja immer auf diese Treppen. Ja, ja. Hab auch nichts getroffen, leider. War zwar ein guter Plan, aber nicht ganz so funktioniert wie ich mir vorgestellt habe. Oh, wir haben das Haupttor gesichert. Jawoll. Jawoll. Mit letzten, mit letzten Bissen hier. Ohne Chance. Null, ja. Das große Finale. 50 haben wir jetzt noch wieder neu. Ja. Oh, da liegt eine Bombe. Damit holen wir doch das große Finale, oder nicht? Hoffentlich. Wir wollen es doch. Blindengranate. Oh, ich bin sogar mal im Duell mit einem Spieler gerade eben, der sich gerade selber umbringen will. Ne, der fliegt mir komisch. Ah, bleibst du da. Geh doch kaputt, Mensch. Ah, Killer. Ich will da nicht, ich will da nicht die Tür aufmachen. Ah, gehen wir mal rein da. Ah, ich hab noch einen Kill gemacht, ja? Mensch, stell dir mal vor, ich hätte da mit einem Solo die Tür aufgemacht. Ich wär da lieber nicht reingegangen, ja? Egal, egal, jetzt weißt du Bescheid. Ah, shit. Was zur Hölle? Hä, warum bin ich wieder auf dem Boden? Hey! Ich will den Ketentruppler nehmen. Ich bin plötzlich wieder auf dem Boden. Na, ich glaub, weil die Flugphase vorbei ist. Weil die Phase vorbei war, genau, ja. Jetzt der Kampf in die Runde. Jetzt darfst du nicht mehr fliegen. Jetzt musst du ja auch mal die Basis angreifen hier. Bescheid. Alles bescheid. Aktiviere Automatikgeschäft. So, geschüsstes Ohr. Ist online. Online und freigegeben. Wow, 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 wow. Da sind ja alle da drinnen. Ja. Oh Mann. Das war die Tür, von der ihr geredet habt, oder? Das ist keine schöne Tür. Nicht? Nee, irgendwie gefällt mir die Tür nicht so gut. Och. Irgendwann wieder ein bisschen Leute unterstützen hier. Sonst, ihr braucht Unterstützung hier. Ja, gar keinen. Wo schießt du denn hier? Von hier um, oder was? Von überall! Ja, ist hart. Die haben sich jetzt auf jeden Fall richtig vergraben da drinnen. Ja. Kill! Yoda? Ja. Deine, den kriegen wir jetzt, glaub ich. Oder? Nee. Oh, die Tür hat sich geschlossen. Yeah. Yoda macht das für uns. Yoda regelt das. Oh, ich komm lieber auch mal zu euch darüber. Ich bin beim anderen Ding. Ja, hier läuft's Maul einfach ganz gut. Yay, sogar Kinder sind's geholt. Ah, sieht doch gut aus. Aber es wird schwierig, das noch zu gewinnen, glaub ich. Oh, hier ist Star Maul. Aufpassen. Oh Gott. Wo ist Star Maul? Rein! Nein! Egal, ein paar Punkte gab's noch mal. Haben wir jetzt übrigens vorgenommen, jede Runde einmal einen anderen Charakter zu spielen. Also eine andere Klasse zu spielen. Wenn ich die alle anderen alle mal angespielt hab zumindest. Da hat man auch nicht mehr viel, glaub ich, der hat noch ein bisschen. Okay. Hat noch ein bisschen. Sitz der dahinter eigentlich? Was? Ja, der sitzt dahinter, okay. Aber das ist echt krass, wie unterschiedlich lang die Spiele hier auch sind. Je nachdem, in welcher Phase es halt. Ja, Star Maul hab ich. Was Star Maul schon besiegt, stimmt's gut. Ja, Star Maul ist besiegt. Wir haben leider nur noch 16. Wir könnten uns vielleicht mal auf den anderen konzentrieren, ne? Der schon mehr eingenommen ist, oder? Der Linke. Das ist gar nicht so einfach hier überhaupt. Oh nein, das war's mit mir. Da war einer neben mir. Schade. Oh, das ist Keilo. Die meisten von uns sind nämlich auf der linken Seite, glaub ich. Dann nehmen wir noch Luke. Gibt's eigentlich ein Spiel, wo Tommy nicht erster werdet? Das ist doch krank. Wie macht der das? Schummel. Wie viel spielt der? Hexen online. Hexen online. Der hat doch an. Ey, sieben Kills weniger als Sagszeit, aber trotzdem vor ihm. Wir nehmen das, wir nehmen das. Ja, weil du geflogen bist wahrscheinlich. Mit Fliegen machst du auch gute Kills. Ja klar, da machst du immer 100 Punkte, klar. Wenn du einen abschießt, dann musst du noch niemanden gegen abschießt. Ich hab's eingenommen, ich hab's eingenommen, ich hab's eingenommen. Ich hab's eingenommen, ich hab's eingenommen. Ich hab's noch schneller an, dass andere drankommen. Bin hinter Tommy. Mit vier Tickets mit vier Tickets. Oh, der Gegner! Tommy rennt immer vor, von der Seite kommt einer rein, der schießt mich. Der schießt mich, der hat die Priorität erkannt. Ja, okay, das schaff ich niemals die Einzelnen. Nee, einen Kill noch, nee. Scheiße. Da sind so viele drin. Na, scheiße. Heilo! Ich hab'n Rookie, jetzt wird alles besser. Nee, wir haben verloren. Leider nicht. Bye! Schade. Aber wir haben ja noch die Rückrunde, oder? Sollten wir haben, ja. Ja. Wow. Wow. Das war's mit dem Hoseonsystem. Ja. Aber es sieht zumindest cool aus. Ja. Ja, wir haben uns redlich bemüht. Ja, nee. Da oben war ich nicht dabei. Warst du nicht Kilian? Nein. Leider nicht. Spitzname, ey. Schade. Und, was fandest du jetzt besser? Stern? Starkiller Base oder Tatooine? Ah, Tatooine, da macht man mehr Kills, weil man eher in den engen Gang ist. Okay. Weiß nicht, Starkiller Base ist halt so ne große Karte, und große Karten kann ich einfach nicht. Also so, große, freie Karten, da sterb ich einfach so, weil ich nicht zielen kann. Geht mir genauso, da gibt's ja auch diese Jaco-Map wieder, weißt du, und dann... Oh Gott. Ja, das ist, glaub ich, sogar noch ein Tick schlimmer, finde ich. Echt? Ah, shit. Ja, ich hab jetzt erstmal... Wir nehmen jetzt einen Spezialisten, mal schauen, wie das wird mit dem... Der fehlt mir noch hier. Dann hab ich alle Klassen einmal... Na ja, wohl, Flammtruppeln und sowas hab ich noch nicht gehabt, aber... Schlaf ich vielleicht auch noch, schlaf ich vielleicht auch noch. Ja, kannst du ja nicht alles in den ersten paar Parts hier machen. Nee, nee. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man halt immer abwechseln will, dann bist du halt nicht richtig gut mit irgendwas. Ja, ja. Besonders hier, wo du dann eigentlich die einen aufpassen könntest, aber dann musst du alle irgendwie gleichzeitig aufpassen. Ja, 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 ja. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich das am Ende mach. Mal schauen, mal schauen, sonst wird ein Spaß einfallen. Los geht's auf jeden Fall. Gruppe voll Einsatz. Bereit. Diesmal müssen wir jetzt mal verteidigen. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Ja. Ich glaube, was haben wir da jetzt wieder für Fähigkeiten. Schauen wir mal nach. Schockgranate. Oh, die ist geil, die. Ich kenne von Infiltration. Oh, und sich befreundlich. Thermalfänglas. Okay, das Fänglas werde ich Indie benutzen, sehe ich schon. Damit kann man doch auch nur die Gegner markieren, oder? Das bringt ja sonst auch nichts, oder? Nee, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, kannst du halt gucken, wo die Gegner sind, oder? Kannst du halt markieren, oder? Ja, ja. Bin mir Unsicher. Da steht zwar irgendwie dabei, aber... Nee, man kann sich nur anschauen, glaube ich. Also man zieht halt einfach hinterher durch die Sachen durch. Naja, irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das so oft verwenden werde. Hinlegen kann man sich nicht, oder? Nee. Nee. Probieren wir mal ein bisschen zu snipen hier. Mal was Neues ausprobieren. Da sterben schon unsere Leute. Das ist nichts Neues. Ähm... Ich sehe nur keine Gegner, an denen ich es ausprobieren könnte. Keine Sprengsätze mehr am Turbolaser. Doch da oben ist einer. Da oben ist einer. Oh, viel zu weit weg. Oh, haben die sogar zweimal getroffen. Mist. Überladen. Ich riskiere mein Leben, um es auszuschalten. Und ich sterbe dabei, oder? Warte. Schalt ab, schalt ab, schalt ab, schalt ab. Nein! Noch zwei Striche. Da waren noch zwei Striche, Mann. Oh, den Sniper neben mir hat es gerade erwischt. Der hatte nicht so viel Glück. Eieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Geht ja gut los. Mal schauen, ob ich mir noch was sehe am Gegnern. Ja. Nach vorne ballert einer. Oh nein, 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 nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nicht so einer. Okay. Nächster Fetter Trooper. Da ist der, hier. Ja, Kill. Oh, da ist einiges. Ja. Noch ein Kill. Da kommen sie alle. Ah, es ist nur. Wenn man noch die Punkte weiß, wo sie stehen, dann geht das auch. Ja, schauen wir mal. Ich danke dir jetzt mal, warte mal. Hab einer gewischt. Zweite. Sag doch mal einer. Nein, ausweichen. Oh, da kommt so ein Auto. Ja, da kommt so ein Speed. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das kommt krass. Oh, der hat mich. Haha, mich auch. Kommt ihr da richtig, kommt ihr euch rausschießen oder so? Das geht nicht. Man kann nur das Fahrzeug, glaube ich, zerstören. Boah. Warum? Wir fallen. Da waren drei Leute. Nur, dass einer dabei, der einen sieht, ey. Klassiker. Ja. Ach komm, er nimmt einfach mal keine U-Wenn. Ich habe mir gerade überlegt, wen ich nehme, aber... Ja, das überlege ich mir auch immer. Das war genau mein Problem. Das sind die richtigen Probleme, die schwersten Probleme. Deswegen sammle ich immer nicht mehr Punkte, weil ich entscheiden kann, wenn ich jetzt nehmen soll. Er steht hier ganz offen. Ich schaffe es nicht, meine Beine zu treffen. Ah, Gott. Ja, Spezialist ist genau meine Klasse. Ich sehe schon. Das ist ganz genau mein Ding. Das sind die auch nicht gut. Wie viele Sniper am Werk? Das gibt es gar nicht. Ich glaube, Spezialist ist das letzte Mal, dass ich den Spiele in dem Part. Oh, Mann. Das ist halt alles so üben, üben, üben müsste man das. Oh, mit welcher Zeit? Mit welcher Zeit? Suchten, Suchten, Suchten. Ja, aber ich weiß nicht. Da ist irgendwie auch die Motivation bei mir eigentlich. Ehrlich gesagt nicht groß genug. Das Spiel lieber andere Spiele. Also, anstatt da krass zu leveln hier. Also, lieber irgendwas mit Story oder so. Oder die Story hier zum Beispiel. Ja, verzieh dich. So, mach doch das Ding aus. Jawoll. Super. Sehr gut. Abriegel. Ja, Killserie. Jetzt kommt's hier. Jetzt kommt das Comeback hier. Oh, oh, oh. Kommt's jetzt. Mit Ansagen. Ich halte mich schonmal beim Controller fest vor, bis heute. Ja, ja. Nein! Nein! Scheiße. Na, so ein Kronpass, ey. Habt ihr da gemacht? Ich weiß nicht, ich wollte einen abknallen, aber der hat irgendwie Selbstmord gemacht. Keine Ahnung, der ist in die Kippe runtergeschwungen eigentlich. Ich dachte, nee, den Kill gönne ich dir nicht. Das, das gönne ich dir nicht. Ja, Kill gemacht! Oh, 4-Kill-Serie, so, was ist hier los? Ah, da ist noch ein Auto. Ich hab Angst vor den Autos. Ach, stimmt. Ah, der ist da bei uns, ja. Oh, Hedger, das killt ihn nicht. Das ist so nervig. Oh, der Autotyp hat gerade drei mitgenommen. Vier mitgenommen. Oh, shit. Na, da hab ich auch Angst als Kylo. Der kann mich auch einfach mitnehmen. Kann man den nicht einfach rausschießen irgendwie, oder? Gute Frage. Oh, ja, jetzt macht der eigene Typ das an. Scheiße. Jetzt wollte ich mit Kylo gerade den Kill-Stil. So, so ist es also, oder? Ja, ich hab auch auf den geschossen, aber es war leider nicht schnell genug geschossen. Kylo's Lichtschwert war irgendwie schneller. Blöd. So, so. Einen, obwohl, den hab ich noch. Hier sind sie noch irgendwo, da ist einer. Junge, 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 Junge. Jetzt kann die Runde ruhig enden. Ich bin Platz fünf. Ja, das reicht nicht. Bin gerade auf Platz 13 gerutscht. Hier ist so ein Auto. Ja, aber ich glaub, man kann die doch rausschießen. Man muss sie halt richtig gut treffen, ey. Ja, okay. Wusst ich nicht. Sind doch übelst Punkte, so ein Auto zu zerlegen. Hab 300 Punkte oder so. Ja. Mal einfach immer draufschießen. Es geht auch recht schnell kaputt mit allen Blastern. Ja, ja. Das ist besser als beim ersten Teil. Da kommt man ja gegen die ATS-Dies so gar nix machen. Irgendwie als normalo. Ne, ne. Der stimmt ja. Da kommt einer dahinten. Nein! Die haben auch Sniper. Ne, der hat nur einen A280 gehabt. Egal, die haben auch Sniper. Treibstofflager zur Sprengung vorbereitet. Irfrig. Frig schein. Na, ist hier noch irgendwo einer? Werden wir keine Gegner hier mit meinem Kylo. Gleichweite sind. Gehen alle so weit hinten. Was hält die Oma? Oh, jetzt, okay. Jetzt kann ich mich nicht mehr beschweren. Was ist hier los? Ich komm nicht los! Scheiße, nein! Meine Krankheit. Die waren die Schuhe. Die waren fünf Leute. Fünf Leute auf einen Pfleg. Das war, oh. Wie Weihnachten und Ostern zusammen. Nein, 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 nein. Mit seinem X-Wing holt er mich. Jetzt gebe ich echt langsam auf. Sollen Sie sich den zweiten Punkt? Nein, das gibt's doch nicht. Mit viel Tickel sollen Sie sich noch den zweiten Punkt hier? Das gibt's doch nicht. Jetzt gehen wir mal dahin. Sie arbeiten dran. Sie haben noch zwei Leute. Gleich geht's in die Overtime. Jawohl. Notfall beendet. Der Togolaser ist sicher. Oh, das ist ja immer ausgewischt. Ja, gar nicht. Einfach weggerollt. Ne, weg hier. Jetzt noch den letzten Punkt hier. Nein, das Auto. Das Auto, das will mich überfahren. Ich hör rein, Auto. Vielleicht Kylo nicht überfahren werden. Aha, da wird der Drachenbursche überfahren. Oh, er weichen. Ne, ne, ich bin ausgewischt. Ich bin ausgewichen. Ja, ja, ich bin ausgewichen. Die Ausweichrolle des Autos, ja. Kennt er aus Berlin. Oh, trotzdem. Kennt er aus Berlin. Dann macht er auch immer die Ausweichrolle. Nein, 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 nein. Sieben Lebensenergie. Oh, Mann. Ich hab noch zwei Leute geholt. Kommt, Leute. Wir schaffen das. Kommt schon, bitte. Die müssen noch den anderen Punkt einnehmen. Das ist ja Quatsch. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Jetzt nehmen wir jetzt auch noch einen. Wenn sie das jetzt kriegen, dann kommt noch mal die Verlängerung. Ja, wir kriegen das echt noch. Das gibt's doch nicht. Ja, die wollen es richtig haben hier. Oh, Mann. Ich bin Platz vier. Ich will ihn behalten. Bitte. Mach die Scheiße aus. Ich hab mich gefreut. Mach die Scheiße aus. Jawoll. Komm schon. Jetzt schon aushalten. Ich hab noch eine Rakete. Ich muss meine Rakete benutzen. Oh, Platz fünf. Oh Gott, ey. Platz fünf im Team reicht mir aus, ey. Geil. Ja, äh. Platz. Wir reden nicht drüber. Reicht nur noch was. Es beinhaltet auch eine fünf. Oh, shit. Oh Mann, ne. Aber Sniper, das ist, ne. Gar nicht meins. Ist auch nichts für mich. Da fehlt einfach das Auto-Aim. Der Skill. Naja, was soll's. Oh Gott, da sammelst du ja auch überhaupt keine Punkte in dem Match. Das ist echt nur bei Helden-Wirschocken. Ja. Helden-Wirschocken, genau. Das stimmt. Das ist echt dämlich, dass das so krass unterschiedlich verteilt ist. Naja, hilft nix. Hilft nix, hilft nix. Fünf Kills hab ich gemacht. Yay. Ey, 13, ey. Ey, 33. Fünf Kills und sechs Kills. 33. Er arbeitet schon wieder aufs Dreistellchen. Ich seh's doch. Ne. Hab ich noch nicht. Noch nicht. Er hat noch nicht gesagt, gell. Ja, ja. Ne, mir reicht das jetzt erstmal. Ich muss hier meinen, bevor ich meinen Halsschmerzen hier komplett erliege, glaub ich beende ich das jetzt mal hier an der Stelle. Ja, passt ja. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und mögliche Macht mit euch seins. Servus. Ja, tschau. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren. Und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.